das ding noch gerade jetzt noch mal eine runde gegen die oder was mir egal ihr wollt ja immer kein doppel spiel wir können auch nachher noch mal eine runde doppelt spielen nein du hast du bist du mal dagegen spieler zu machen was meinlich ach so dass man zu näher alles gut und passt so mit ihrem scheiß geschreibe auf den sack ja mich auch mir auch tatsächlich aber kommt dafür ob man sie jetzt noch mal ja mehr als glück zu verstanden gerade nach schon wieder so ein ding vor allem ich war noch dran ich komme nicht gegen die kann nicht so ein bisschen zu später dann geht die mir auf den ps alter ich kann mich beeinflussen das nicht egal das war es dann sprechen wir ja so schnell wie du mal dran bist kann man ja gar nichts mehr sagen ich stehe mit zwei mann auf dem tor auf der linie hinten auch schade Ah, ich kann jetzt mal mit, ich weiß, was ich. sie haben immer noch ich glück dass sie doch einen ticken vor mir rankommen so hat man nur vorne ich hab sie wieder ein bisschen rüber gebracht zu dem haben jetzt noch schade 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 der sagt junge ich hab den schöner wichtig der hätte noch der fett rein kann ihn nicht immer weiter vorne behalten wir versuchen es ja irgendwie aber die haben wirklich erst also duseldinger mittlerweile der erst ball da und dann das ding jetzt und das ging immer wir gehen nach der runde mal raus weil ich bin mir das wirklich kann bis mir auf dieses ständige story 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 das experiment von denen dann heißt er wieder so nein warum habe ich mich immer ich war durch gewesen so ist es aber weg schon wieder so ja schön na man wirst du so dinger dann am ende der klappert fosten ja ja leider schön es wurde irgendwie durchläuft das regt mich kann man das ist doch nicht wahr wir machen das auch wir machen das tor die chance auf den ausgleichen die kriegen das so ein billiges tor er ist auch nichts dazu und noch eins man ist irgendwie da drin gerade was dazu zu schreiben war dann ich sag das wir jetzt nicht sagen wir gehen nach der unerfache raus nicht ein scheiß glück mit den toren hat er jeder bei von denen ist ja so glück daneben da hat mich jetzt gerade fast jemand zum eigentor geschoben nur bekommen ja 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 beide spieler ich habe ja beide spieler mit viel gewonnen da war eigentlich bei beiden spielen bessere mannschaft fahren aber das ist ja manchmal so läuft es egal höchentlich herausforderungen du kannst das ding ausstellen in der option gut wir haben auch noch was hinterher geschrieben mal ein bisschen erfolgreicher spielen das alles mal so einfach gesagt als getan ja 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 das stimmt wohl momentan jetzt drei spiele drei gemacht drei verloren das ist unser größtes ja wisst ihr was unser problem ist wir hüpfen immer alle wie ein ball auf den ball wir müssen uns mehr verteilen aber ohne dass ich da jetzt etwas zu sagen klar könnte ich auch selber bleiben aber ja thomas sie gesagt er bleibt hinten und jedes mal mal die tore das war dann so erst länger tore kriegen aber gesagt wir können auch machen einfach der letzte man bleibt erst mal hinten beim start ja aber auch so klar macht wir dürfen nicht immer alle zusammen gleichzeitig auf den ball gehen das bringt nichts wir müssen in meinen haben so abwechslung als absicherung kommt jetzt keiner jetzt vorbei ach man ja dass er nicht direkt von tun keine haben wir haben ja kein hinten effekt wir hätten sie nur reindrücken müssen kommt okay mach du da mach du ich hab da weg ich wollte mich dachte mir okay jetzt bleibst du weg einer reichs sehr schön schön gemacht wir können wieder zum tor kommen wenn ich so denke ach schade jetzt jetzt schön aufgepasst wieder hat er nach vorne so was kommt schade ich hab's erwischt kommt einer von uns schade voll nicht erwischt er kommt auch noch scheiße deswegen habe ich jetzt zurückgezogen weil ich gesagt wie sie von hinten abgeschossen bin ich da stehen geblieben ich habe sie gesehen es ist nicht pfz zurückgewehr wird da stehen ich wollte gerade ansätze sich baby an der vorbeigefahre oder boll das war doch gut gemacht sondern für versenkt von leute das gewinn war schön weg damit naja der kommt direkt über mich drüber ich komme nicht herangestreckt man der sind wirklich millimeter aber ich habe mich schon weg weg brennen das hätte ich ein werk geschossen der luft ich dachte ich habe mir da kam jetzt selbst die ballkamera nicht mehr hinterher ich habe aufgepasst ich habe aufgepasst ich habe aufgezogen man nein 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 gut jetzt war der wächter wieder vorne ja ja der ist ein ticken weg der war ein ticken zu weit links ja ja ich habe es gesehen schade nein da weg weg der ist gerade so bescheuert von mir abgeprallt ich habe es gesehen ich dachte bringe weg ich stehe nicht mit drei mannen werden das ja ja alles gut sie haben noch einen hammer weg ist weg ist weg erst mal ist einer von euch da ist einer von euch da ist einer von euch da nein nicht schnell zurück weg damit habe ich noch mal richtig was sind die bumm ja ja Ja, ja, ja! Ja! Schön! Ich hab den hinten rausge嗎 und du hast das Ding reingemacht. 2 Minuten, 4 einmal verlängert. Der wär auch dring gewesen, der Lumpfer. Oh, Mann. Schön drüber weggespielt. Yes! Ganz so schwierig, dass die Ketten gekriegt hat, dann kriegst du so ein Ding noch rein. Jawohl. Schön gespielt. boah wie glück gehabt ich habe jetzt mal ein bisschen dusel gehabt in dem spiel also hier gegen die kann man ruhig öfter spielen die sind genau und sagen ja und dann krieg ich mir jetzt 60 auf den fressen oder so hoffentlich nicht aber egal ich habe so drin das sind die sind auch nur zu dritt der eine mann wenn der draus ist aber dafür kriegen die neuen spieler rein markus und ich machen erst mit tor abwärts kombi ich habe den erbachter bis nach vorne gewann und ich habe den lupfer dann durchgebracht weil die alle vorne standen von denen die wollten auch alle auf das tor gerade macht ja gibt es nach vorne und pass auf leute sehr schön na war viel glück jetzt dabei muss ich sagen ja sollte wir müssen aufhören uns gegenseitig immer wegzurempeln das ist nicht gut das passiert manchmal dabei aber dann kann man da kann man nicht abwehren ich will abwehren und kaum nicht dazu man ist das eigentlich ja der bringt ja wieder nie mit was auf alle vorbei schön markus sehr schön gut gespielt nein was ist passiert kann von denen schon in der nähe so doch man kann auch nicht ich war weg gedrückt noch in dem moment oh nein ich bin vorbei man ja schön baby ich bringe ihn noch mal hin aber der wird wahrscheinlich genauso wieder zurückkommen ja kommt ja sehr schön sehr schön das ist bitte die hat ja natürlich schön heiß gemacht ich bin ja schon mal wieder so halbwegs hoch spieler ausgespielt ja wohl schön auf was war eine gefährliche abwehr aber es war eine andere richtung ich weiß aber ich konnte nicht das kriegen ich schuldige und ich hatte den noch irgendwie die ecke gedrängt ja ich hab das nein ein bisschen ich weiß schade ach man weg da er hat eben länger gemacht nein nein was ist alles gut ruhig haben wir schon wieder vorne gehabt bei den schön über das tor gespielt ja ja aber gemacht heute ich denke jetzt bist du wieder heraus heute versorgt weg ist erst mal kommen jetzt wieder so golden golding ich bin mal zerstört scheiße ist die feste ich kriege ich denn darum ich kann man da war noch ein leider war es nicht mehr der fall nach der bringt ihn über mich bleibt man nur astro wir haben mich denn da mensch ich weiß nicht mit raus ist der situation dann gewesen weg damit hat er den norwich sehr weg gewesen um weil die kettel hat er kommt vor bei dem er hat darauf gepasst ja ja der hat in summe abgewährt die werden sich den ball selber wieder ab machen nein ich komme ich kann ich bin wieder zum tor ich bin wieder zum tor ich bin explodiert worden ich wollte gerade rein machen ja schade habe ich okay jetzt hat er aufgepasst hat ich weiß ich kriegt ja nicht ganz rum eigentlich ein schöner ball aber wenn ich kontrollieren können drei minuten drüber scheiße mann jetzt jetzt naja der war so drin gewesen nach sechseinhalb minuten wieder mein tor und zweimal gegen die gegner und zweimal in der verlängerung der eine geht schon wieder wenden von denen